Dafür bin ich viel zu hipster Humans win, du bist doch kein human alter Komm herst du Ich wusste es Ich wusste es nicht Na Wo seid ihr? Achso, du hast Kerem noch nicht gefunden Alex, ich kann dir ne Glatze schmecken Wenn der komische Typ da runterfällt Schnell Schnell Lass mich fliehen Schnell Aua Schnell 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 In Schnell 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 Ich hab meine Musik ausgemacht, um das besser zu hören, und das erste was ich höre ist... NEIN! AHHHHH! AHHHHH! Jawoll! NEIN! Waschmittel! NEIN! AHHHHH! 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 Oh Gott! Ja, pass auf! Jetzt geht's los! Perfekt! Perfekt! Open up! Nein, ist das schlecht! Oh, oh, oh! OHHHHH! 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 NEIN! OHHHHH! Ich kann das Problem von ihm bekommen! OHHHHH! Der höchste Gehirn seiner Generation. Sie kommen zu so einem Ende. Zurück, everybody! Ey, fliege ich voll! Dass ich heute dann gar nicht wegkomme. Die ganzen Straßen sind überflutet. Da kann man mit dem Auto gleich langfahren. Na viel Spaß, Yannick! Hör auf, hier wegzurennen! Oh, 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 oh! Ich wollt schon immer ein PC sein! Vorhin war ein PC. Du bist... Oh! Oh! Oh, fuck! Oh, fuck! Scheiße! Ja! Jetzt fängt er hier durch die Gegend! Oh, ne, ey! Der ist hier irgendwo! Oh! Oh! Fuck! Fuck! Ich sag's nicht, sonst... Fotobombing! Oh! Boah! Was ist das für ne Scheiße! Der Kere ist bestimmt ein Stuhl! Der Kere ist bestimmt ein Stuhl! Oh, Junge! Oh, Junge! Oh, Junge! Das wird richtig geil! Got one! Hallo! Hallo! Yannick steht in der Küche, da wo er hingehört! Yahoo! Erstmal ein Hoverbraten! Yahoo! Ha! Like that! Ey! Yannick? Ja? Komm noch mal raus! Nach draußen! Dann sollst du noch mal rauskommen! Woraus? Raus! Ich lad das Video nachher hoch und dann siehst du das! Okay, I'm ready! Ich weiß, dass du hier drin bist! Ahhhh! Da ist er! Unter dem Bett ne Dose, Alter! Du Assi! Nein! Unter dem Bett ne Dose! Goddammit!